Und Action. Wir sind jetzt live und Überraschung am Set des brandneuen Musikvideodrehs meines Freundes. Jordan! Was macht ihr da? Mich gleich durchdrehen. Wie kannst du mir das antun? Es ist aus mit uns. Pitch it! Was? Du bist noch live. Oh, schnell! Es ist immer schwer, sich zu trennen. Er hat mich gedemütigt. Du gehst viral auf die falsche Art. Es wird alles wieder gut. Makeovers sind mein Ding. Als ich ihn kennengelernt habe, war er ein 50 Kilo Händfling mit fettigen Haaren. Dann mach dir doch einen neuen Jordan. Ich erschaffe den nächsten Ballkönig. Bei dir klingt das so einfach. Denkst du, ich schaffe das nicht? Nein, aber es wird witzig, dir dabei zuzusehen. Eine Wette? Abgemacht. Damit du es dir nicht zu leicht machst, suchen wir den Typen aus. Hell yeah! Wie, was mit dem? Cameron... Miller oder so? Er ist ein totales Desaster. Seltsam, asozial. Ich will mir nicht eure Unterwäsche ansehen, während ich esse ihr Dreckssäcke. Na toll. I like it! Cameron, hey! Ich würde gerne Reitunterricht nehmen und ich dachte, da wir ja Freunde sind... Äh, Freunde? Im Sinne von, ob die gleiche Schule gehen. Ganz schön weitgefasste Definition, oder? Nicht übel. Kannst du das nicht genießen, ohne es mit 500 Fremden zu teilen? Ich halte den Moment fest. I like it! Ekelhaft! Entschuldige. Wie ist der neue Typ? Etwas ungepflegt, aber süß. Warte ab, bis ich mit seinem Makeover fertig bin. Er ist auf jeden Fall nicht das, was ich erwartet habe. Er steckt viel mehr in dir, als du die Welt sehen lässt. Und was, wenn ich das so gut finde? Liebst du dich in unser kleines Projekt? Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Also war ich eine Wette. Fahrt doch alle zur Hölle! Ich hab echt Mist gebaut, Mom. Das ist nur ein Fehler, wenn du nicht daraus lernst. Das zwischen Patchett und mir ist etwas komplizierter geworden, als ich dachte. Ja. Das ist nur ein Fehler da, wenn du nicht daraus noch Researchers zu machen. Das ist nur ein Fehler, wenn du nicht daraus lernst. Ihr könntest ja nichts daraus lernst.